Ja, liebe Freunde vom EZ Chur, ich bin dieses Jahr ausgewählt worden, um die Pumpe zu sein von meinem Verein, von unserem Verein, um für meinen Klub, wo ich seit bald 35 Jahren tätig bin und in meinem Herzen tragen darf, in unserer wunderschönen Altstadt rumsecklen und Geld sammeln für unsere Juniorenbewegung. Das macht mich natürlich stolz, um etwas zurückgeben können für meinen Klub, den ich so gerne habe und immer wieder gerne werde, damit möglichst viele Kinder noch ganz lange die Möglichkeit haben, um hier unten auf unserer Platte zu knebeln und Hockeyspielen und den Plausch zu haben. Darum wäre ich froh, wenn möglichst viele von euch mich unterstützen würden mit einem Sponsoring bei dem Pumpe-Lauf. Ich gebe mir dafür auch besonders viel Mühe, um möglichst viele Runden zu machen. In der Altstadt habe ich das Tableau angeschaut und habe gesehen, dass ich dort nicht zu den Ältesten gehöre, also vielleicht habe ich dort gute Chancen, um viele Runden zu machen. Ich hoffe, ich habe es wohl nicht voll genommen, aber ich gebe sicher alles für den Klub und für unsere Junioren. Darum machen doch mit. Danke vielmals und hofft jetzt in die Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.